neue folge neues glück in let's play mitopia höhlenlabyrinth wow das echo ist echt heftig allerdings ich suchte schon beim kleinsten lautvorschreck zusammen wirklich tier was passiert dann wohl wenn ich bin du was nichts hast du etwa versucht mich zu erschrecken darauf ganz überwältigt wieso ist gott jetzt wütend oder warum sind jetzt alle wütend ok ich frag mal nicht nach ich weiß nicht ob es gut ist okay es ist gut entscheidend die in die rootzone zu schicken ich glaube das ist einfach so man macht dadurch mehr schaden bisschen komisch ist es schon gott brucht geld was na gut da wird jetzt gott geld gelb kobra roter kobold erst entspannt aktion entdeckung gehen sie ziemlich brenzlig aus lieb von dir bürger neue technik wie zimmer ziehen das hatte ich auch noch nicht das ist das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast Level 5 mit der Klasse Katze erreicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gewonnen Outdoor-Kluft gehört jetzt hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, reicht aus Kobra Nuggets Traditioneller Wüstensnake und schlagbar knusprig Naja Ist wirklich so lecker ist? Oh, anscheinend doch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Als ob Scott Skorpion gerne mag Naja, es gibt verschiedenen Geschmäck halt Gepflegte Pfoten Achso, gefleckte Pfoten Ein scharfer Dolch Rüschenuniform Eine Gabel Das gefährlichste Wirkzeug Gabel Wer kennt's nicht? Ich nehme mal den Weg Ich nehme mal den Weg Ach du Schreck Ich habe im Gasthaus was vergessen Was denn? Mein Tagebuch Ganzhaft Ich habe mal früher Tagebuch geschrieben Aber Es ist schon in Ewigkeiten her Ich wusste gar nicht, dass du Ein Tagebuch führst Doch klar Das habe ich schon seit langem Es sieht noch aus wie neu Ist sogar noch in Folie eingewickelt Äh Hast du da Heißt das Du hast noch gar nichts reingeschrieben? Natürlich nicht Das schöne Gehen wir einfach weiter Ja, die Humor in diesem Spiel Ist das Beste Der Humor ist geil Süßes Geflüster gelernt Schwindel Ein Gegner an Um ihn abzulenken Na passt das, Luigi Gehen wir einfach weiter Natürlich braucht es eine Falle. Neu-Technik-Kralle-Witzen-Witz-Witz. Neu-Technik-Kralle-Witzen-Witz. Enthielt Papier-Uniform. Und da steigen noch die Werte. Und da steigen noch die Werte. Ach, geh mal den unteren Weg. Und da steigen noch die Werte. 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 Du hast echt die Ruhe weg. Warum das denn? Du nimmst dir Pepernhahn des Teams lange nachzudenken. Heilung hat immer Vorrang. Es macht dir nichts aus, dich hinter mit Kämpfern zu verstecken. Ich will mir ja nicht wehtun. So gelassen wäre ich auch gern. Oh, das ist halt ein Bürger. Alles prima. Das ist Krebsfossil. Okay. Neu-Technik-Süßes Geflüster. Grebsfossil vernachlässigt Deckung. Tatzenhieb gelernt. Böse schmerzener Hiebangriff verursacht beim Gegner Schaden. Du hast jetzt 53 Leute gerettet. Okay. Bin jetzt besonders. Desperanteidee durch. Nur. Innen. 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 Ja. Innen. Äh, Luigi? Ah, Luigi! Oh nein, eine Fallgrube! Lebst du noch? Mir geht's gut, Aua! Geht schon mal vor! Die machen sie ernsthaft. Luigi hat dich vorübergehend verlassen. Diese Ironie. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Ich frage mich, wie Luigi da rauskommen will. Rennen halt fit. Ach, Sport ist Mord, Gott! Ja, hier sind deine Monster, Gott. Jetzt wollen wir nicht nachfragen sollen. Wo verstecken sich die Monster? Neue Technik Tatzenhieb. Scheiße, wie sie sein? Eigentlich ist es, Hier sind die Monster im Gerstel. Ja, hier sind die Monster im Gerstel. Ich habeос Kaushite gesessen, wo sie gehen. Da sind die Monster im Gerstel. Rätselhaftes Juw erhalten. Rätselhaftes Juw Rätselhaftes Juw Und Tschau mit V. Tschüss.